Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Die Thematik, ob Simon Terodde auch im Fußballoberaus genauso gut treffen kann wie in den letzten Jahren in der zweiten Bundesliga, ist ja immer wieder ein Diskussionsthema. Unsere Stürmerlegende Klaus Teuber sieht da aber gar nicht so ein Problem. Warum denn nicht? Entgegenlernen nämlich auf die Frage, ob Terodde auch in der Bundesliga funktionieren wird. Denn er liefert auch durchaus gute Gründe dafür, dass Terodde netzen wird. Viele Fans wie auch Experten glauben immer wieder, dass Schalke als Nummer 9 nur dann treffen kann, wenn auch die Mannschaft offensiv spielt und die Gegner auch dominiert. Klaus Teuber sieht das aber prinzipiell anders. Richtig dominant hat Schalke in der zweiten Liga selten agiert. Trotz der ausgerichtender Partien hat Terodde jetzt immer seine Tore gemacht, sowohl unter Dimitros Gramozis als auch bei Mike Büsgens. Seine Chancen bekommt er eigentlich in jedem Spiel. Macht also damit klar, dass auch ohne reinem Offensivfußball Terodde zu Chancen kommen wird. Ich glaube, dass Simon Trott in den früheren Janem Oberhaus vor allem eines gefehlt hat. Das Vertrauen des jeweiligen Trainers. In der Bundesliga ist der klubinterne Konkurrenzdruck meist noch höher. Aber gerade als zentraler Stürmer brauchst du, ebenso wie als Torwart, einen gewissen Rückhalt. Und den werde Terodde auf Schalke wohl auch bekommen. Natürlich sind seine Quoten in der Bundesliga bisher noch lange nicht so überragend wie in der zweiten Bundesliga. Aber Klaus Teuber ist sich trotzdem sicher, Terodde wird auch eine Liga höher treffen. Er wird dort auch nicht wesentlich mehr Chancen benötigen, um auf seine Tore zu kommen. Und deshalb sollte der künftige Schalker Chefcoach, wahrscheinlich ja Frank Kramer, das Spiel auch voll auf Terodde zustellen, findet Teuber, der selbst die höchste Lizenze auch besitzt. Diese Ausnahmestürmer hat seine Stärken ganz klar in der Box. Dort muss er die Bälle bekommen. Aber da sehe ich kein Problem, weil Schalke in der ersten Liga vermutlich eher abwartend agieren wird. So werden sie automatisch Räume ergeben, um über die Flügel schnell umzuschalten. Und eben dann auch Terodde bedienen zu können. Andererseits funkt Terodde eben auch hervorragend als Wandspieler. Lobt auch Klaus Teubers Teroddes Vielseitigkeit. Er ist ja kein reiner Knipser. Er kann die Bälle vorne festmachen und kann sie präzise auf die Flügel ablegen, um anschließend selbst ins Sturmzentrum vorzustoßen. Auch solche Szenen hat man schon häufig von Terodde gesehen. Natürlich ist aber auch klar, dass es nicht nur Terodde-Bonsen-Offensive geben wird. Und darüber mahnt auch nochmal Teuber. Man sollte auch Marius Bülder nicht vergessen. Ein sehr guter Stürmer, der hervorragend mit Terodde harmoniert. Als Ritterangreifer dahinter lauert der junge Marvin Pieringer. Damit ist Schalke vorne recht gut aufgestellt. Meint eben Teuber, der aber dafür noch Handlungsbedarf im Mittelfeld sieht. Vergangene Sorte über Schalke wird unter etwas Torgeruf aus dem Mittelfeld gefehlt. Hier könnte man vielleicht ansetzen, wodurch eben da noch möglicherweise Terodde besser funktionieren kann. Und Klaus Teuber glaubt auch, dass Terodde mehr Tore schießen kann als Teuber für uns in der Aufstiegsaison. Na ja, für uns in der Bundesliga ist es auch 84, 85, 18 Mal getroffen. Einem Terodde traue ich nächste Saison sogar 20 Tore zu, wenn er weiter das Vertrauen des Trainers spürt. Diese Quote hat er locker drauf. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker.